Ja, hallo, herzlich willkommen wieder am fast Ende unserer Geschenkewoche. Heute geht es um den Gewinn der Webinaraufzeichnung Money Manifestation oder Money Manifestation, wenn wir schon im Englischen bleiben. Und du kannst es heute gewinnen, wenn du die Aufgabe löst, die du unten unter dem zweiten Link findest. Es gibt noch einen weiteren Link, den ersten Link und in dem ersten Link kannst du auf der Seite der Webinaraufzeichnung sehen, worum es sich handelt, worum es geht, was dich dort erwartet und ob du diese überhaupt haben möchtest. Ich kann dir nur sagen, für viele Menschen hat es direkt ihr Leben, ihren Geldinstinkt, ihr Geldbewusstsein verändert und darum geht es letztendlich in diesem Webinar, aufzuräumen mit Limitierungen und in ein gesundes Füllebewusstsein zu gehen. Und das nicht auf so eine billige, du kannst alles haben, was du willst Art. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich für sowas nicht stehe, sondern dass wir schon immer versuchen, wirklich profunde Arbeit zu machen, die wirklich nachhaltige Effekte eben auch in deinem Leben auslösen. Also sei dabei und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Und noch mehr freue ich mich, wenn du vielleicht gewinnst. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.